Ich kann ja so gut immer das gleiche machen. Heute gucken wir uns etwas an, was uns auch über die nächsten Folgen in verschiedenen Formen sozusagen begleiten wird. Heute legen wir den Grundstein und dafür habe ich mal wieder ein Beispiel. Ihr kennt ja im Leben sicherlich Aufgaben, die irgendwie immer nach dem gleichen Schema ablaufen. Ich habe ja schon relativ oft über das Kaffeekochen geredet und auch das Kaffeekochen funktioniert ja irgendwie je nach Maschine immer nach dem gleichen Schema X. Zum Beispiel geht ihr zuerst zur Maschine, dann füllt ihr das Wasser auf, dann setzt ihr einen Filter rein, dann kommt das Kaffeepulver hinein und dann drückt ihr meinetwegen auf den Knopf, damit der Kaffee auch durchläuft. Und ihr merkt, das sind verschiedene Schritte, die ihr immer wieder automatisiert ausführt und die bei euch natürlich im Kopf als Koche Kaffee irgendwie abgespeichert sind. Wenn ihr euch jetzt jemand sagt, kocht einen Kaffee, dann denkt ihr dann natürlich nicht darüber nach, was da alles dazu gehört. Diese Schritte macht ihr dann quasi automatisch. Ihr habt die also abrufbereit unter einer Art Automatik eben dem Kaffeekochen. Und genauso können wir uns das in der Programmierung überlegen. Es wird natürlich immer wieder Stellen geben, wo wir irgendwie auf Sachen zurückgreifen müssen, die immer wieder gleich funktionieren. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt unserem Computer hier programmieren würden, wie das Kaffeekochen funktioniert, dann gibt es ja vielleicht irgendwie mehrere Stellen, wo wir dieses Kaffeekochen aufrufen wollen. Und dann wäre es natürlich nervig, wenn wir alle Schritte nacheinander immer wieder aufschreiben müssten. Ihr könnt euch schnell vorstellen, dass das sehr unübersichtlich wird. Deswegen wollen wir uns heute angucken, wie wir es schaffen, dass wir quasi in unserem Programm bestimmte Abschnitte definieren, die immer wieder wiederholt werden können, wenn wir sie eben benötigen. Gehen wir jetzt also endlich in Java Sheets. Und hier will ich mit euch zusammen genau diese Aufgabe, das Kaffeekochen, einfach mal programmieren, sozusagen. Wir machen das Ganze natürlich nur über Textausgaben, sodass wir diese Schritte, die ich aufgezählt habe, also Wasser einfüllen, Filter einsetzen, Pulver einfüllen und Knopf drücken, einfach eben ausgeben. Und ich habe ja schon gesagt, natürlich wollen wir das nicht jedes Mal separat schreiben, sondern das wollen wir als große Aufgabe, nämlich das Kaffeekochen zusammenfassen. Und diesen Bereich eben für das Kaffeekochen, den wollen wir jetzt schreiben. Und dafür gibt es erstmal ein ganz bestimmtes Schlüsselwörtchen, was ihr heute braucht, und das ist das Schlüsselwörtchen Wollt. Das steht also ganz eng im Zusammenhang mit diesen Dingen, die wir heute kennenlernen, und deswegen benötigt ihr das zuallererst mal. Auf jeden Fall, was wir zusätzlich benötigen, ist natürlich ein Name, unter dem wir diese Aufgabe, wie ich es jetzt nenne, eben aufrufen. Denn wenn wir jetzt sagen, wir machen Kaffee, dann ist das ja auch mehr oder weniger etwas berühmter, wie wir diese ganzen Schritte verstehen. Und eben so etwas benötigen wir hier auch, wie bei Variablen. Und auch da benutzen wir den Camel Case, begonnen mit einem Kleinbuchstaben. Also wir dürfen nur ein Wort vergeben, aber wir machen es uns einfach zu eigen, indem wir dann quasi neue Wörter wieder mit einem Großbuchstaben beginnen. Und ich benenne diesen Bereich jetzt einfach mal ganz klassisch, wie wir eben die Aufgabe haben wollen, nämlich mache Kaffee, make coffee. Und genau so solltet ihr das auch machen. Diese Bereiche, die werden standardmäßig im Imperativ benannt, denn der Imperativ ist immer eine ganz gute Sache. Wir geben ja quasi unserem Computer Befehle, und in diesem Fall ist es der Befehl mache Kaffee. Also ihr könnt euch da wirklich fühlen wie so ein kleiner Chef gegenüber eures Computers, und deswegen bietet sich das an. Also etwas, was wir auch benötigen jetzt im Zusammenhang mit diesen Bereichen, die wir jetzt kennenlernen, das sind runde Klammern. Die müssen hier hinter dem Namen stehen. Die werden wir heute noch nicht benutzen, die sind also jetzt erstmal völlig leer, die stehen einfach nur da rum. Die werden eben für die nächsten Folgen nochmal eine größere Rolle spielen, für heute noch nicht. Und ich habe ja schon gesagt, wir wollen uns einen Bereich anlegen, der aus mehreren Anweisungen besteht. Und das habt ihr ja glücklicherweise schon mal kennengelernt, nämlich bei den if-Abfragen. Da war es ja auch so, dass wir mehrere Dinge unter den if-Abfragen ausgeführt haben, und genau so wollen wir das auch heute machen. Dementsprechend brauchen wir wieder geschweifte Klammern. Die kennt ihr ja schon, es wird also so ein Bereich erzeugt, und das Ganze wird ein bisschen eingerückt, sodass wir erkennen, alles was jetzt kommt, das gehört eben zu diesem Bereich Make Coffee. Und ich will jetzt auch gar nicht weiter von irgendwelchen Bereichen oder Aufgaben sprechen, sondern ihr lernt jetzt das Fachwort dafür können, und das sind sogenannte Methoden. Also das Schlüsselwörtchen void, was wir benutzt haben, das ist generell im Zusammenhang mit sogenannten Methoden. Und unter Methoden verstehen wir eben in Java bestimmte Bereiche, die wir sozusagen mit Anweisungen füllen können, und die entsprechend dann genutzt werden können, um aufgerufen zu werden, sodass alles, was innerhalb einer Methode steht, dann wieder aufgerufen wird. Wir haben jetzt also die Methode Make Coffee geschrieben. Im Moment ist diese Methode natürlich ziemlich, ziemlich sinnlos, denn die macht ja noch nichts. Deswegen wollen wir jetzt mal das Leben mit diesen vier Schritten des Kaffeekochens einhauchen. Und dafür müsst ihr erst mal einen Befehl kennenlernen, der schon durch Java vorgegeben ist. Denn wir wollen ja jetzt etwas ausgeben, und bisher haben wir das ja immer über Java Sheets gemacht. Das ging ja, indem wir zum Beispiel einfach Text auf eine extra Zeile schreiben, oder zum Beispiel eine Variable auf eine Zeile schreiben. So einfach ist das innerhalb der Methode nicht. Deswegen braucht ihr einen Befehl, den ihr auch normalerweise in Java benutzt, um jetzt eben etwas auszugeben. In unserem Fall ist das eben diese Konsole, die hier sozusagen zu Java Sheets dazugehört. Und das ist ein relativ komplexer Befehl, der vielleicht auch erstmal nicht so leicht zu schreiben ist. Deswegen habe ich den euch extra für diese Folge auch unten in die Beschreibung und auch auf meine Website nochmal gepackt. Auf jeden Fall lautet dieser Befehl System mit großem S, Punkt Out mit kleinem O, Punkt Print. Das ist nämlich ein Befehl, der sozusagen unserem Rechner sagt, okay, gib etwas in der Konsole aus. Das braucht ihr auf jeden Fall in diesem Fall. Print würde auf jeden Fall auch keinen Zeilenumbruch anfügen, sodass wir quasi, wenn wir jetzt nur Print nutzen, alles auf einer Zeile stehen haben. Ich habe ja gesagt, wir wollen verschiedene Zeilen nutzen, deswegen gibt es dafür einen extra Befehl, der lautet nämlich Println. Das steht für Printline, sodass wir quasi eine Zeile ausgeben, in dem wir zum Beispiel Text schreiben und im Anschluss einen Zeilenumbruch einfügen. Das heißt, wenn wir dann wieder etwas ausgeben, dann wird das entsprechend auf eine neue Zeile eingefügt. Und das ist ja genau das, was wir brauchen. Und hinter diesem Printline, da brauchen wir jetzt runde Klammern. Denn wir müssen natürlich dem Befehl sagen, was er entsprechend ausgeben soll. Und das kann jetzt ganz einfach in Form eines Strings sein, den ihr ja schon kennengelernt habt. Wir fügen hier also einfach Anführungszeichen ein und würden dann hier zum Beispiel mal die allererste Anweisung geben, die zum Kaffeekochen dazugehört. Also zum Beispiel Fülle Wasser ein. So, natürlich, das Ganze ist wieder ein Befehl. Deswegen müssen wir diese Zeile unbedingt mit einem Semikolon abschließen. Wer hätte es gedacht? So, ich werde mir das Ganze mal kopieren und einfach hier nochmal einfügen, sodass wir jetzt zum Beispiel einfach die Zeilen ausfüllen können. Ich mache das jetzt mal per Copy-Paste. Der zweite Schritt wäre jetzt zum Beispiel, setze Filter ein. Dann hätten wir meinetwegen den Schritt Fülle Pulver ein. Und als allerletztes drücke den Knopf. So, das sind jetzt also diese vier Schritte, die zum Kaffeekochen gehören. Und ihr seht, indem wir diese Printline-Ausführung eben viermal benutzt haben, sollte jetzt theoretisch alles auf der Konsole kommen. Wenn wir jetzt mal Run drücken, dann werden wir allerdings sehen, es passiert gar nichts. Komplett, Java Sheets bleibt einfach leer. Was hat das für einen Grund? Ganz einfach, wir haben jetzt zwar eine Methode angelegt, aber diese Methode, die steht uns jetzt nur bereit. Wir wissen jetzt, wie man Kaffee kocht, aber auf gut Deutsch kochen wir noch keinen Kaffee, denn diese Methode, die wird ja noch nirgendwo aufgerufen. Und das wollen wir jetzt natürlich ändern. Deswegen mache ich mir einfach mal einen neuen Code-Block. Und jetzt zeige ich euch, wie man diese Methode aufruft. Das funktioniert ganz, ganz einfach, nämlich über den Namen der Methode. Mit makeCoffee. Und dahinter brauchen wir unbedingt wieder runde Klammern. Und dann natürlich ein Semikolon. Denn das ist ja wieder ein Befehl. Jetzt könntet ihr schon sagen, hä, irgendwie kommt mir das mit den runden Klammern bekannt vor, und mit dem Semikolon, das haben wir doch gerade eben hier oben bei System.out.println gemacht. Ja, tatsächlich ist dieses Println auch eine Methode, die die schlauen Java-Entwickler geschrieben haben. Also in dem Zuge, in dem ihr Methoden selber kennenlernt, benutzt ihr auch schon die erste Methode, die von Java vorgegeben ist, nämlich die Print- bzw. die Println-Methode. Dieses System.out, das ist für Java entsprechend nur eine Art Kennzeichnung, wo diese Methode zu finden ist. Aber ihr könnt euch ganz einfach vorstellen, dieses Println ist tatsächlich eine Methode, die entsprechend irgendwann mal geschrieben wurde. Und die nutzen wir jetzt für uns, indem wir unsere Methode mit Leben ausschmücken. Also, ihr könnt euch auch merken, Methoden können innerhalb ihres Methodenkörpers natürlich auch andere Methoden aufrufen. Genau das machen wir hier auch. Und wenn ich das Ganze jetzt nochmal ausführe, dann sehen wir auch, dass unsere vier schönen Schritte, nämlich Wasser einfüllen, Filter einsetzen, Pulver einfüllen, Knopf drücken, hier kommen, dann ist sogar noch so ein kleiner Zeilenumbruch hier eingefügt. Wir könnten jetzt theoretisch bei dem letzten Printline ein Print draus machen und dann würden wir auch mal sehen, dass entsprechend dann bei dem Print kein Zeilenumbruch kommen würde. Das ist ja genau das, was ich euch versprochen habe. Es tut aber natürlich auch nicht weh, wenn da entsprechend auch Printline steht. So, das funktioniert also ganz wunderbar. Jetzt könntet ihr vielleicht zum Schluss noch fragen, diese runden Klammern, okay, die haben bei Printline irgendeine Bedeutung übernommen, bei uns stehen die hier völlig leer und verkrüppelt da. Ja, das soll heute auch so sein. Wie schon gesagt, die haben eine besondere Bedeutung und vielleicht könnt ihr es euch anhand von Printline auch schon so ein bisschen überlegen, was genau da passiert, aber kennenlernen werden wir das eben nochmal extra. Jetzt habt ihr ja schon relativ viel zu Methoden gesehen, aber eine letzte Sache, die möchte ich heute noch ansprechen, die habe ich auch bei ifab-Fragen mehr oder weniger außer Acht gelassen. Und zwar geht es nochmal um diese Blöcke, nämlich diese geschweiften Klammerblöcke. Und wir haben noch nie drüber gesprochen, was eigentlich mit Variablen passiert in diesen Blöcken, denn wir können jetzt natürlich auch in Methoden alles Mögliche machen. Ich könnte jetzt hier also reingehen, ich könnte hier if-Abfragen drin schreiben, alles worauf ich Bock habe. Ich kann auch einfach eine Variable deklarieren und initialisieren. Ich lege mir hier mal einen Int an, den nenne ich zum Beispiel x und setze den jetzt auf den Wert 42. Das kennt ihr ja schon, Initialisierung und Deklaration eben auf einer Zeile. Und jetzt könnte ich auf die Idee kommen, dass ich mir einfach mal einen neuen Codeblock anlege und dort mein x, was ich ja hier oben angelegt habe, über Java Sheets einfach über den Variablen Namen kurz ausgebe. Und wenn ich das Ganze nochmal ausführe, dann sehen wir, kommt aber ein Fehler, nämlich cannot find symbol variable x. Also unsere Variable, die wird irgendwie nicht gefunden. Was hat das für einen Grund? Das hängt jetzt eben mit diesen Blöcken zusammen, die ihr ja in den geschweiften Klammern darstellt. Und zwar sprechen wir innerhalb dieser Blöcke auch von einem sogenannten Scope. Also ein Scope ist im Grunde genommen ein Bereich, in dem entsprechend Variablen und andere Dinge für sich intern existieren. Das bedeutet, dieser Bereich ist in sich geschlossen und wird natürlich auch entsprechend runtergerattert. Aber das bedeutet im gleichen Umkehrschluss, dass alles, was außerhalb des Bereiches steht, Dinge, die nur im Bereich existieren, nicht finden kann. Ergo, unsere Variable x, die haben wir nur innerhalb des Bereiches angelegt und dementsprechend können wir auch nur innerhalb des Bereiches darauf zugreifen. Eine andere Sache wäre das jetzt, wenn ich jetzt mal einen neuen Codeblock anlege und hier rübergehe und jetzt einfach schon hier oben meinen int x anlege. Dem weise ich jetzt zum Beispiel mal irgendeinen Standardwert zu, wie zum Beispiel 10. So, damit hätten wir jetzt die Variable sozusagen deklariert und würden hier innerhalb der Methode natürlich die Variable nicht nochmal deklarieren wollen, sondern einfach die Variable x überschreiben. Und das würde tatsächlich funktionieren, denn in diesem Fall haben wir die Variable x quasi außerhalb der Methode deklariert und dementsprechend ist die, da die ja in dem äußeren Bereich, wenn man so will, angelegt wurde, in dem äußeren Scope, auch innerhalb des inneren Scopes unserer Methode ja aufrufbar oder findbar, wie man es eben nennen mag. Wenn ich das Ganze jetzt also mal ausführe, dann kommt hier auch der Wert 42 raus, denn am Anfang hat die Variable den Wert 10. Wir rufen aber die Methode auf und dementsprechend wird x nochmal überschrieben. Wenn ich die Methode jetzt mal nicht aufrufe, nur mal testweise, dann ist entsprechend x10, also der Standardwert. So, ich füge die Methode mal wieder ein. Das ist also eine sehr interessante Sache. Ihr könnt euch also merken, der Scope ist im Grunde genommen nichts anderes als der Bereich, in dem eine bestimmte Variable oder eine Methode, was auch immer, gefunden werden kann. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, denn am Anfang könnte man natürlich erstmal damit durcheinander kommen, wenn man sich wundert, warum ist denn eine Variable hier, die ich in der Methode angelegt habe, nicht außerhalb auffindbar. Und einer dieser Scopes, den habt ihr jetzt eben schon relativ oft benutzt, nämlich bei Methoden und if-Abfragen, das ist eben dieser Scope, der durch geschweifte Klammern dargestellt wird. Es gibt entsprechend noch andere Arten, die einen Scope einer Variable eben einschränken können. Das werdet ihr im Laufe der Serie eben noch kennenlernen. Aber das hier ist wirklich schon mal sehr, sehr wichtig, dass ihr das eben unterscheiden lernt, warum eine Variable außerhalb aufrufbereit ist und warum nur innerhalb einer bestimmten Methode oder innerhalb eines bestimmten Blocks. Gut, damit habt ihr diesen Grundstein heute gelegt. Ihr kennt jetzt schon mal Methoden, was die eigentlich ausmachen, dass die quasi Dinge zusammenfassen, die wir dann einfach wieder aufrufen können. Und in den nächsten Folgen werden wir unsere Kenntnisse zu diesem tollen technologischen Errungenschaftsgedöns nochmal aufrufen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich am meisten, wenn du deinen Freunden oder Kollegen von mir erzählst. Aber ja, auch ein Daumen hoch oder ein Abo wäre ziemlich nett, wenn dir mein Kram gefällt. Ein riesen Dankeschön auch an alle Patreon-Unterstützer des Monats. Ihr seid wirklich cooler als Pizza. Übrigens sucht auch mal die Beschreibung ab, dort verstecken sich wirklich sehr nützliche Links. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.